Heute wird Bauen Digital Schweiz gegründet. Was ist das Ziel? Das Ziel von Bauen Digital Schweiz ist, miteinander die BIM-Methode, die jetzt neu für uns auf dem Markt ist, eigentlich zu realisieren, umzusetzen und zwar gemeinsam. Und das ist auch das Spezielle am BIM. Das kann man nicht alleine machen, sondern das muss man gemeinsam machen. Alle Gewerke, die an dem Bau beteiligt sind und vor allem der Nutzer. Welche Rolle kann dabei die IFMA einnehmen? IFMA ist die International Facility Association in der Schweiz. Und der Facility Manager ist eigentlich in einem Bau der Nutzervertreter. Und von dem her übernimmt er in dieser Organisation die Bewirtschaftung und bringt eigentlich die Anliegen und Anforderungen dazu ein. Wer kann von der IFMA profitieren? Profitieren kann einerseits die Facility Management selber, weil sie nämlich lernen, wie sie mit BIM umgehen können und was ihnen das hilft. Auf der anderen Seite natürlich auch alle Betriebe dahinter, wo diese Facility Manager arbeiten. Auf der anderen Seite sind jederzeit. Auf der anderen Seite! Vielen Dank.